Rauchschwaden steigen auf, auf den Schlachtfeldern, auch beim Kampf der Geschlechter. Der Spiegel, die Lanzer Postille aus Hamburg, hat vor kurzem das Ende des Mannes vorausgesagt. Und da müssen den alten Herren beim Fokus, diesem BWLer-Comic, ihre Granulatfinken-Kapseln aus der Hose gefallen sein. Flink haben sie eine Rebellentruppe zusammengestellt, die sich gewaschen und geföhnt hat. Hier. Wir wollen keine Frauenquote. Starke Frauen rebellieren gegen Staatsdiktat und Gleichmacherei. So sehen Rebellinnen heute aus. Frisch onduliert von Udo Walz und auf dem Kopf eine Überdosis Wasserstoffperoxid. Es lebe die Revlon-Lotion. Was der Fokus uns da weismachen will, ist, dass wenn diese Frauen es gegen männliche Konkurrenz geschafft haben, ja dann brauchen wir ja gar keine Frauenquote. Schauen wir mal. Drei dieser Frauen, Frau Nosbusch, Frau Ruge und Frau Thomalla, arbeiten in der Unterhaltungsbranche, in der man sich gar nicht gegen Männer durchsetzt, sondern gegen jüngere, noch ungelüftete Frauen. Frau Thomalla hat mal die Rolle der bösen Stiefmutter in einer Aschenputtel-Verfilmung gespielt. Und ich habe knallhart recherchiert. Und wissen Sie, wie oft schon ein Mann zum Casting für die Rolle der bösen Stiefmutter eingeladen worden ist? Die Skirennläuferin Maria Höfel-Riesch hat ganz prima Medaillen gewonnen, weil sie halt schneller den Berg runterfallen kann als andere. Und wie oft hat sie das schon im direkten Zweikampf gegen einen Mann erledigt? Fünf Rebellinnen arbeiten erfolgreich in Unternehmen. Aber alle fünf sind da, wo sie jetzt sind, weil sie die Tochter oder die Enkelin des Firmengründers sind. Nun ist Erbfolge ja eine hübsche Sache, aber sie als Argument gegen die Frauenquote einzusetzen, das ist eine besonders hinterlistige Art, Geschlechtsgenossinnen von den Futtertrögen fernzuhalten, aus denen man seit der Geburt nascht. Chef-Rebellin natürlich! Chef-Rebellin natürlich Christina Schröder, diese innervierende Mischung aus Kaltschnäuzigkeit einer kleinen Ente und Roland Koch, die ihren eigenen Job ja nur einer Dreifachquote verdankt. Jungfrau aus Hessen. Die ehemalige Oberbürgermeisterin von Frankfurt, Frau Petra Roth, hat sich tatsächlich in Wahlen gegen Männer durchgesetzt, aber die Männer waren alle in der SPD, dies zählt also auch nicht. Ihren Weg gemacht im männlichen Wissenschaftsbetrieb hat die Nobelpreisträgerin Frau Nüßlein-Fohlhardt und ihre Erfahrungen müssen dabei so ernüchternd gewesen sein, dass sie eine Stiftung ins Leben gerufen hat, die ausschließlich junge Wissenschaftlerinnen finanziell unterstützt, damit die Familie und Beruf überhaupt unter einen Hut bekommen. So sieht sie aus, die Rolle rückwärts im Krieg der Geschlechter. Hauptargument gegen die Frauenquote ist ja die Behauptung, dass es bei einer Posten ausschließlich auf die Qualifikation ankommen sollte. Und was glaubt ihr, liebe Frauen, wer die Qualifikation festlegt? Wer wird wohl in unseren Augen besser für den Job geeignet sein? Derjenige, den wir problemlos jeden Abend bis zehn im Büro behalten können und auf dessen Verschwiegenheit bei Incentive-Reisen in die schönen Hallenbäder von Budapest wir uns verlassen können? Oder diejenige, die über so etwas Seltsames wie Empathie verfügt und bei der das biologische Ticken ihrer Uhr jedes Vorstellungsgespräch in einen ganz eigenen Rhythmus führt. Und wenn wir euch dann mal Arbeit geben, dann zahlen wir euch 20% weniger Lohn. Und inzwischen glaubt ihr, dass es richtig so ist. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass die überwiegende Zahl der Frauen es für gerechtfertigt hält, dass sie für die gleiche Arbeit ein geringeres Bruttoeinkommen bezieht. Und was glaubt ihr, wie die Männer in den Wirtschaftsetagen auf diese Umfragen reagiert haben? Mit einer Erektion. Denn die Vorstellung, dass die Frau ihre eigene Demütigung auch noch lächelnd akzeptiert, das ist doch nicht nur die Wunschvorstellung von Strauß Kahn oder Kachelmann. Und wenn ich gerade so horizontal vor mich hindenke, da fällt mir auch wieder ein, an was mich der Fokustitel von letzte Woche erinnert. Nämlich an das da.